Upsi, habe ich Hunger. Hm, was haben wir denn da? Ein Eis! Mh, yum, yum, yum. Wie lecker! Hi, Papa, was isst du da? Hm, gar nichts. Hey, ich will auch ein Eis. Ist mir egal. Peppa, gib her! George, was hast du angerichtet? Hey, Papa, George, was ist passiert? George hat unser letztes Eis ruiniert. Schatz, schau, schau. Streitet euch nicht. Okay, das können wir eh nicht mehr essen. Und für euch habe ich eine Überraschung vorbereitet. Kommt mit! Wir machen unser eigenes Eis. Wow, was für tolle Muster! Ich kann's kaum abwarten. Außerdem haben wir Waffeln mit verschiedenen Geschmack. Kiwi, Banane, Brombeere, Kaugummi, Orange und Himbeere. Ich nehme Orange und ich will Brombeere. Bitte sehr. Danke. Und das packen wir weg. Und jetzt suchen wir den Eisgeschmack aus. Erdbeere, Kaugummi, Orange, Schokolade, Pistazie oder Johannisbeere. Das ist eine klasse Wahl. Dann fangen wir mit Pistazie an. Mh, ich liebe Pistazieneis. Pistazienis. Rollen und kneten. Darf ich mal? Unser Pistazieneis. Und rein damit. Irina, das ist ja voll toll. Schau mal, Peppa. Jetzt kommt noch die Orange dazu. Willst du vielleicht ein Muster? Ja. Ich will gerne so die Orange hier und den Schmetterling. Dann nehmen wir uns dein Eis. Hoppla. Das legen wir jetzt in die Form. Den Schmetterling. Und die Orange. Schau mal, Peppa. Tada. Wow. Den Überschuss schneiden wir ab. Noch ein bisschen, Peppa. So. So. Und der Schmetterling kommt geflogen. Buh, 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 Buh. Schau mal. So schön. Und das riecht so toll. Darf ich jetzt? Na klar doch. Zuerst die Johannesbeere. Hoppla. Riecht super. So. Gib mal deine Waffel. Das ist für mich. Was ziehen wir raus? Schnelle, 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 schnelle. Schnelle. George, hilf mir mal. Los geht's. Na, sieht das nicht toll aus? Ja. George, jetzt gibt's Streusel. Darf ich drehen? Na klar doch, George. Ui, das ist schwer. George, was sagst du dazu? Ui, das ist sicher lecker. Na, seht ihr? Jetzt müsst ihr euch nicht mehr streiten. Und ich hab mir auch eins gemacht. Danke, Irene. Vielen Dank. Na, dann wollen wir es mal probieren. Müi, 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 müi. Tösslich. Saus, ja. Mh, meins ist auch super. Und du? Magst du Eis? Dann schau bei uns vorbei. Bis dann. Tschüss. Mh, müi, 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 müi. Mh, müi, müi, müi. Tösslich. Mh. Hallo meine lieben Freunde, wir sind heute mit Peppa und Schorsch im Garten neben dem Wasserbecken. Es ist so heiß heute. Irene, was haben wir denn im Korb mitgenommen? Dann lass mal reinschauen. Wow! Wasser, Früchte, Sonnencreme und außerdem Schwimmringe. Lass uns sie aufblasen. Ein Donut und ein Boot. Lass uns sie aufblasen. Tada! Fertig! Komm Schorsch, du nimmst den Donut und du Peppa, du das Boot. Sausia! Und jetzt ich. Hui! Ja, Peppa! Ja, mein Segel hat den Wind gefangen. Wow! Wow, schau mal wie schnell! Wow! Peppa, Schorsch, wollt ihr vielleicht ein Wasser trinken oder einen Apfel essen? Nein, ein Eis wäre jetzt toll. Genau, ein Eis. Sausia! Hm, ein Eis. Da habe ich, glaube ich, eine Idee. Wartet kurz. Schaut mal, was wir hier haben. Das kommt in den Karren. Los geht's! Also dann. Das kommt erstmal weg. Und das hier öffnen wir jetzt. Wir machen jetzt unsere eigene Eisdiele. Hier den Deckel. Und jetzt das Säckchen öffnen. Und raus damit. Wow, so viele Details. Lass uns das zusammenbauen. Auf die Achse kommt das Rad. Die Achse in das Loch. Und hier wieder raus. So. Und jetzt das zweite Rad drauf. Hier. Tada! Und das hier auch. So. Und das vierte Rad. Und jetzt den mittleren Teil. Eins. Zwei. Drei. Und den Schirm. Vier. Startig. Und das hier ist für die Hände. Eins. Und zwei. Und jetzt die Aufkleber. So. Vorsichtig. So. Und den hier auf die andere Seite. So. Peppa, George, kommt. Jetzt ist Zeit für die Süßigkeiten. Süßigkeiten. Sousia. Mich auch, mich auch, mich auch. Komm her. Zuerst öffnen wir dieses Säckchen. Wir werden selber Eis machen. Wir haben eine Waffel und drei verschiedene Geschmäcker. Vanille, Schokolade und Erdbeer. Ich will ein Schokoladen-Eis. Alles klar, Peppa. Eins. Zwei. Tada! Tada! Vanille. Erdbeer. Schokolade. Vanille. Erdbeer. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben nämlich noch Wassereis. So. Einmal Zitrone. Apfel. Und Himbeer mit Schokolade. Hui. Wow. Und jetzt die Lutscher. So. Und den grünen. Wupp. Tada! Die Lutscher gehören hier rein. Genau. Eins. Und zwei. Hier passt noch ein Lutscher rein. Genau, Peppa. Und noch ein Lutscher. Miau. Tam. 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 Und was ist hier drin? Lass mal nachschauen. So. Vorsicht, George. Jetzt finden wir für all das noch einen Platz. Ein Eisbecher mit einem Löffel. Orangensaft. Popcorn. Eine Zuckerdose. Tja, so viel Eis haben wir jetzt. So toll. Ich nehme hier das Apfel-Wasser-Eis. So viel Eis haben wir jetzt. Ich nehme hier das Apfel-Wasser-Eis. Und ich das Schokoladen-Eis. Und ich nehme das Vanille-Eis. Und was davon würdest du aussuchen? Schreib mir das in den Kommentaren. Ansonsten, man sieht sich. Tschüss. Yum, 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 yum. George, willst du vielleicht Popcorn? Ja. Ja. Hi, hi.